Das Zeughaus, die Waffenkammer der Stadt Das Zeughaus von Elias Holl ist der schlagene Beweis dafür, dass militärische Bauten durchaus mit Geschmack und edlen Proportionen gebaut werden können. Der Bau bringt zum Ausdruck, dass sich die Augsburger eher als kunstsinnige Kaufleute, denn als rohes Kriegsvolk verstanden. 1584 begann man in Augsburg damit, das alte Kornhaus umzubauen und zu erweitern, um darin die Waffen und Rüstungen der Stadt unterzubringen. Nachdem Jakob Eschei, der zunächst die Bauarbeiten geleitet hatte, mit dem Bau nicht weiter vorankam, übernahm sein Kollege Elias Holl die Ausführungen. Der zweiflüglige Gebäudekomplex mit dem Treppenturm in der Mitte wurde 1607 fertiggestellt. Die charakteristische Barockfassade an der Ostseite des Gebäudes stammt von dem Malerarchitekten Josef Heinz dem Älteren. Blickfang über dem Eingangsportal ist die mächtige bronzene Figurengruppe mit dem Erzengel Michael aus dem Jahr 1605. Sie ist das Werk von Hans Reichle, einem Schüler von Giovanni da Bologna, und zeigt den Erzengel im Ringen mit dem geflügelten Satan. Beide Figuren scheinen bei ihrem Kampf gemeinsam vom Gesims in die Tiefe zu stürzen. Die seitlichen Putten schauen entsetzt hinunter auf dem Platz vor dem Zeughaus, so als sähen sie direkt in den Schlund der Hölle. Viele Zeitgenossen sahen in der Darstellung eine Provokation der Gegenreformation, als Besieger der rechtgläubige katholische Engel die protestantische Ehrlehre. Gegossen wurde das Werk von Wolfgang Neithard, dem Jüngeren, der als Stadtgießer auch die Kanonen für die Stadtverteidigung gegossen hat. Für den Guss der Figurengruppe wurden 197 Zentner, fast 10 Tonnen Bronze benötigt. Während der Reichsstadtzeit galt das Augsburger Zeughaus als eines der größten städtischen Waffenlager in ganz Europa. Auch nachdem Augsburg dem Königreich Bayern zugeschlagen worden war, wurde das Gebäude als Waffenarsenal genutzt. 1899 zog die städtische Hauptfeuerwache ein. Die Feuerwehrleute belegten die Räume bis 1975. Nachdem das Zeughaus die Bombennacht vom Februar 1944 weitgehend unversehrt überstanden hatte, drohte in den 1960er Jahren von anderer Seite Gefahr. Damals gab es Überlegungen im Stadtrat, das Zeughaus zu entkernen und mit einem benachbarten Kaufhauskomplex zusammenzulegen. Einer Bürgerinitiative gelang es, dieses Vorhaben zu verhindern. Heute finden in der toskanischen Säulenhalle im Erdgeschoss Ausstellungen statt.